Herzlich Willkommen beim Whisky. Ihr wisst schon, das hier ist das erste Video aus der Rubrik Wie spreche ich den Namen der Brennerei richtig aus? Und zur heutigen Brennerei habe ich mir eine kleine Eselsbrücke ausgedacht und die geht so. Bist du abgebrannt und pleite, dann hast du keine Ocken in den Taschen. Ich hoffe ich konnte aufklärend wirken und sagst du noch Tschüss? Tschüss! Abonnieren, danke, haut rein!